Ich hab keine Lust mehr, die scheiß Spiele. Was? Keine Lust mehr. Willkommen zurück wieder zu Clan Wars. Mit dem Daniel und dem Uwe. Mit dem Daniel und dem Uwe. Uwe, 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 Uwe. Ich hab keinen Sound. Ich hab keinen Sound. Ich schmuchne, lass uns kloppen machen. Aber es tickt. Hm. Und es quietscht so wieder. Aber wenn es nicht knallt, ist es nicht schön. Aha, warte, jetzt mach es knickknack. Knickknack, du hast ja gar keine Revolver her. Ich hab wieder Sound. Ne, von mir war abgehackt. Da war auch so halb da. Genau. Und da unten steht ruhig gut abläuft. Ja, aber die krieg ich nicht weg ohne meinen wegzukriegen. Wenn du auf deinen drauf springst und dann eine Mino ohne fallen lässt. Oder machst du eine Granate und wirfst sie gegen eine Wand, eine Sekunde. Warte mal, das ist alles scheiße hier. Ich hab auch keine Wassergranaten und nix. Wirf jetzt eine Granate, eine Sekunde. Ja. Voll sparen. Volle Zeit. Jaaaa. Nooo. Alba. Das war genau so geplant. Das ist doch der größte Lacker, den es gibt. Genauso und nicht anders. Wolltest du nur den Flammenwerfer hervorherfalle? Äh, dritte Reihe, dritter von links. Oh, stimmt. Ich hab gedacht, dass du mir das so offenbarst. Leute, wie weit schieß ich? Ich weiß doch, dass du den Uwe killen willst. Also helf ich dir auch. Wollt eigentlich schön auf die Karte schießen. Also hier, dort wo wir alle stehen. Wir alle, außer dir, ne? Ja, genau. Wasser hatten wir noch nicht. So ist wie schon am Trance, ne? Genau, genau. Kiste fällt. Genau, genau, genau. Gehle noch. Geil. Der kommt zurück. Ja! Die Mine. Uwe. Loll. Ne, du hast doch nicht so gut die heute geschleppt. Uwe. 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 Hat keine Lust mehr. Ach, Worms. Das ist ein blöder Schubi. Ach, da rechte. Da rechte. Philipp ist immer rechts. Scheiße. Ich treffe mich selber damit. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Windgänger. Ich wollte den Fallschirm auswählen, dann die Mine. Dann hab ich Enter gedrückt. Du hast nichts gemacht. Dann hat's den Fallschirm abgewählt, dann hab ich Shift gedrückt, weil ich nicht wusste, was ich drücken muss, um die Mine loszulassen. Philipp, du hast viel gemacht, aber hast du viel falsch gemacht. Boah. An Verpack gibt's noch nicht so einen. Naja, wer's macht, kann er was falsch machen. Wer nicht macht, kann ich falsch machen. Richtig. Uwe spricht da aus Erfahrung. Ach, Quatsch. Boom, 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 boom. Ich muss mal ein bisschen Geräusche machen. Ja, genau. Kommt man die wirklich tun, dann aus? Nein, nein. Nein, nein. Die Mine kommt ins Best-Off, Philipp, musst du mal schneiden. Ich schneid keine Best-Offs, hab ich keine Zeit dafür. Du hast doch nichts zu tun, ich kann den grad in die Rotatein zuschicken. Na, wait. Ah, ne. It's coming back. Boom. Oh, fast. Aber da legt man jetzt viel mehr Wert auf das Bröckeln. Auf was? Auf das Bröckeln. Auf das Bröckeln, ja. Auf das Bröckeln, ja. Leave me alone. Leave me alone. Bröckelhusten. Gibt's ja gleich. Pass rein. Nein, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Sehr schön. Das war alles gut, Philipp. Das war rutscher Philipp. Das war das. Mann. Was ist denn jetzt mit mir los? Jetzt hab ich zwei Runden gewonnen, jetzt kann ich gar nichts mehr. Du hast doch keine zwei Runden gewonnen. Klar, hab ich eine Runde gewonnen und eine Runde mit dir gewonnen. Das weiß ich nicht. Das können wir uns Eingewinner geben im Spiel. Eingewinner auch. Wenn ich das nicht bin, ist das du das Spiel. Ist das du's, oder? Am liebsten, wie beim ich auch, ist nicht einfach das Spielbrett anheben und zusammenklappen. Alles zusammen drehen, meinst du? Ja. Das Spiel für kleine Ideen zu lösen, glaubst du. Du denkst, wo du kannst, bist du was besseres, hä? Du kannst das. Was? Zwei Würmer killen, kannst du aber nicht? Nee, hat das ausgeklappt. Sag mal, ist irgendjemand schon mal auf den Daniel gegangen? Mal kurz. Der erste und der vierte Balken, der ist ganz schön blitzen hier. Ganz schön. Trastisch. Uh, wer macht den Blatt? Alex, ich muss ja jetzt mit Schichtbuch schreiben, ne? Alex? Was? Ich muss ja jetzt mit Schichtbuch schreiben, ne? Aha. Mit Diverse kannst du schon mal richtig viel anfangen. Mit dem Wort. Was? Mit dem Wort Diverse. Ja. Ja. Kann ich jetzt alles beschreiben. Diverse Fehlermeldungen. Ja, ja. Diverse Fehlermeldungen. Diverse Lampen ausgefallen. Diverse... Diverse Formulare ausgefüllt. Ja, ich hab lange keine Schichtbuch mehr geschrieben. Weil du nichts machst. Ja. Und dann, wenn ich was gemacht hab... Aber mir habenbruch ein Azubel. Denkst du, dass ich jetzt einmal ausgenutzt mache, weißt? Ja, wenn ich nicht was gemacht hab, dann schreit die Arme jetzt die Schichtbuch. Bum DAY. LUL! BUM! BUM 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 jungen! Was? BUM 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 Was zum Teufel?! WAS! WAS?! Oh pia. Das! Oh ganz schön krass! very loud! Man ey! Das ist doch Scheiß. Das ist jeglich geil. Boah! Ja! Ey, das Geräusch hab ich noch nie so laut gehört. Jetzt war's leise. Was machst du jetzt? Mine. Okay, Mine aber. Bumm! Bumm! Du spielst mit dem, was du dran bist. Der Schall ist ja langsamer wie dich. Uwe, welch ein Wunder, dass du mit dem dran bist. Rot, 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 alles rot. Und! Das Rausch hat mir kurz, was losgeformt ist, ey. Losgeflogen, aber... Geil. Wir fallen da fette Wurm, ne? Jeder mal losfliegt, da verbraucht's schon 20, 30. Ja, und dann bleibt nur noch weiß. So, von dem Shedback, das ist so sinnlos. Der war ja noch 5, Schwester. Bumm! 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 Wo ist denn die Kiste, die da links läuft? Drei. Nenke sehen. Flick nochmal rüber. Ich hab nichts mehr zu tun. Ich hab grad ne Bungerbomben mit drin, was hab ich denn damit jetzt? Bumm! Bumm. Bumm! Bum! Kliegen! Bum, Junge! Danke! Leu! Kistenhandels! Ich glaub, der müsste jetzt sogar dran sein. Also... Geuuu! Das war's, der Alex! Vergiss den mal! Alex, schwör doch mit den unten dran, das gibt's ja gar nichts. Ja, Uwe, wie machst du das? Bist richtig auf Rechtachs! Müsst du nicht mal von da oben weg? Äh, von da unten. Da den Def geht nicht mehr los. Mach zwei Sekunden. Und ich weiß nicht, ob du danach noch mal mit ihm dran bist. Come on in! Ja! Wo ist denn die abgeprallt? Ich weiß, es ist noch ein Partikel in der Lüftung. Partikel? Ne, wo sitzt's, ne? Irgendwas ist dort noch. Ey, aber ohne Scheiß, ich bin voll reingeschrieben, da ist nichts. Ich zieh mal fünf Minuten, was du gehörst, ne? Und da einfach nur das Ding, du musst. Juck! Boah, da drinne fällst, was hab ich ne gegeben. Mal wo? Geil, hm? Der bringt ja Druck vor allem am meisten. Du brauchst nen Superwagen, wo ich da fliegen kann. Was machst denn du, Philipp? Ich war nach rechtslaufen! Das erinnert mich an die Minecraft-Folge, als ich in die Lava reingefallen bin. Nein, 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 nein! Ja. Ja, nein, nein, nein. Ja, kein Träckchen-Folge. Du mit deinem dämlichen Geschütz, ey. Da Philipp, setz mal Hand los. So, Uwe, nächster Versuch. Next try. Partikel sind jetzt woanders. Wegen Wind und so. Hä? Da ist nichts. Ja. Hast du ein paar Versuche? Da ist nichts. Absolut nichts. Ja. Ja. Ich kann mich noch nicht mal umdrehen. Nee. Der sich umdreht, oh voilà. Da wird Platz gemacht. Dann wird der Gau ausrennen. Ich will gar nicht gewinnen diese Runde, ich bin so scheiße. Nee, du hast so eine verdient, ehrlich gesagt. Ja. So, jetzt löst du das Geschütz nochmal aus. So. Ja. Bis. So. Ja, Philipp. Alles gut. Äh. Gute Laune. Jetzt muss ich mir einen Plan F, B, Y überlegen. Was denn lebend, Uwe, rettet dein eigenes. Es ist besser, sich selber zu retten, als andere den Tod zu wünschen. Ja. Da fliegt wenigstens bis ganz zu hoch. Ja, der leg auch schon. Oh, Luft mit drin. Mit dem oben kann ich nichts anfangen. Nee. Mit dem schon. Das trifft da oben. Hättest du mal die getreffen müssen jetzt hier, ja? Ein paar Träger, ja. Boring. Boring. Let's go. Boring. 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 Kann gar nicht sein, halb zehn haben wir mit der Ausnahme angefangen. Um 10. Herr Früß Child. Ernsthaft? War geplant, Philipp. Boring. Nur so viel wie nötig. Na ja, also in vẫn pricesFit, Philippe. Boring. Während sind zweimal gestorben. Na ja. Hast du noch irgendwo nen Grabstein? Nee, das war der Agent, die ich gefunden habe. Daniel, ich weiß, wie dein Grabstein aussieht. steinig mit ripp. mit rippchen? ripp. mit doppelbein. wieso uwe? geh doch auf die zwei da oben. das ist doch wasser, das bringt man nicht, sowohl. ja, das bringt nicht. was soll das auf einflüssen, alex? da brennt, oder? ernsthaft? hat sie übrigens gerettet? was? 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 schweiß ist doch blöd, denn das schweißgerät, alter schweißgerät, alter schweißgerät. boah, ich fand das blöder. das war wie Super Mario, alter. das ist das Wasser. da brennt ich's frei, oder? ja, aah, ich geh' leider Rage zu in dem TS. wie, haben wir ne Küste? wo ist denn ne Küste? oh, kannste geschützt runter, Kulons und Philipp? na, ich glub, ich selber kanns nicht. wo auch, geh mal in die andere Richtung. ah, ich hab's nicht runter. ah, man, das ist doch ein Kackspiel. kenn ich. die Gedanken. hätten wir doch keine Runde nochmal gespielt. was soll denn das jetzt? eh, eh, hör auf damit. oh, man. hmm, der Hux ist auch immer alaararrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mercy Ich muss jetzt auch immer übelst aufs Klo her. Alex, drehe mal deinen Wurm, nimmst du das Springseil, dann bist du in der nächsten Runde doppelt so schnell. Und die weiße Flagge, dann bist du doppelt so schnell für den Rennen. Feuer! Ah, zu spät. Wo ist dieser Schwanse da drüben? Ich hole den von unten, Philipp. Ja, Philipp, was machst du denn jetzt? Dauerstoffmaske, ich fällst kein Wasser. Hast du denn noch ein Wasserpack oder so? Okay, jetzt wird der Hilfe rufen. Macht nicht. Wenigstens auch ein bisschen Schaden machen, wenn ich jetzt tot bin. Die Bunkerbombe sich ja auch nicht beeinflussen lässt. Ich will wenigstens, dass du Uwe gewinnt. Ja, ich glaube auch, weil ich habe jetzt nichts mehr. Daniel hat es nicht verdient. Eine Lüge. Was hast du jetzt mit der Bunkerbombe beeinflusst bauen? Die Bunkerbombe, die wird kaum vom Wind beeinflusst, die man denken kann. Überhaupt nicht. Gar nicht. Uwe, wenn du ein Stück Metall nach unten wirfst, das tut er nicht vom Wind beeinflussen lassen sich. Ein bisschen schon. Sicher? Ein schweres Stück Metall. Ich hätte mit einem Schweißgerät in den Berg hineingehen sollen. Was ist jetzt? Ich mache so einen Scheiß. Aber trotzdem erreichen. Fällt mir ein bisschen spät ein, ne? Ja! Nein, nein, nein! Easy. Wind. So Philipp, habe ich zweimal gewonnen? Und zweimal? Beziehungsweise? Na, Uwe, wir sind meistens beide auf dem zweiten Platz. Ja, vielleicht. Ja, wie gesagt. Ich suche mir vielleicht doch mal andere Gegner. Mach das doch. Aber bitte nehm es doch auf. Denn beim nächsten Mal geht es weiter hier mit Wurms Clan Wars auf Philips Gaming. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.